Die Freien Wähler haben eingeladen und rund 200 Gäste sind gekommen. Zum parlamentarischen Abend Mittelstand stärken, Bürokratie abbauen. Gastgeber war der handwerks- und mittelstandspolitische Fraktionssprecher Johann Häusler. Er weiß, worunter die mittelständischen Betriebe in Bayern immer stärker leiden. Wir haben einen Regulierungswahnsinn. Das letzte Detail des täglichen Lebens wird bei uns reglementiert und teilweise kontingentiert. Und wir bewegen uns immer mehr dazu. Und das hat ja heute die Diskussion auch gezeigt, dass wir alle einzelnen Lebensbereiche durchorganisieren wollen. Und dass wir von pragmatischer Handhabung, pragmatischen Entscheidungen und manchmal auch von der Eigenverantwortung ein Stück Abstand nehmen. Bei der Podiumsdiskussion schilderten Vertreter aus Handwerk, Landwirtschaft und Gastronomie ihre Probleme. Der Vorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Niederbayern, Rosemarie Wenzel, macht vor allem die Dokumentationspflicht massiv zu schaffen. Wenn ich die Stunden zähle, die wir für Dokumentationen verwenden, das ist ja nicht nur die Dokumentation über die Arbeitszeiten. Es ist die Dokumentation über die ganzen Allergene, über alles was ich koche, muss ich dokumentieren. Die ganzen Reinigungsprozesse, die ganzen Reinigungsvorgänge. Es muss täglich, wöchentlich, monatlich, je nachdem in welchem Rhythmus, es muss alles dokumentiert werden. Und das hat sich in einem Maße verschärft, dem man irgendwann nicht mehr gerecht werden kann. In diesem Zusammenhang wurde der Mindestlohn angesprochen. Dieser stellt auch in der Landwirtschaft eine große Herausforderung dar, erklärte der Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes, Hans Müller. Zum Beispiel, wenn Kinder oder Eltern im Betrieb mitarbeiten. Die Frage ist, ist es ein Arbeitnehmer, der dem Mindestlohngesetz unterstellt wird, oder ist es eine Mithilfe im Betrieb, die diese Regelung dann, die nicht zu der Anwendung des Mindestlohngesetzes führt. Es gibt zwar dazu jetzt Richtlinien, aber keine definitive Klarheit. Und das bringt natürlich Unsicherheit in die Betriebe und letztendlich auch Haftungsfragen. Denn wenn der Mindestlohn nicht bezahlt wird und es per Dokumentation festgestellt wird, dann ist es ja auch sanktionsbewehrt. Und das macht uns enorme Probleme. Und dann, was wir heute ja auch gesehen haben im Rahmen der Diskussion zum Arbeitszeitgesetz, das wir jetzt nicht grundlegend ändern können und wollen, aber so wie in den Gaststätten ist halt auch die Landwirtschaft auch ein Saisonbetrieb. Und dann kann ich nicht nach acht Stunden sagen, jetzt legen wir die Hände in den Schoß und lassen die Ernte draußen, oder kümmern uns nicht mehr um die Tiere. Das geht schlichtweg nicht. In einem waren sich die Gäste der Podiumsdiskussion einig. Sie wünschen sich mehr Eigenverantwortung und weniger Dokumentationswahnsinn. Johann Häusler will sich im Landtag künftig dafür einsetzen. Wir müssen die Dinge schon ernst nehmen. Wir müssen schauen, dass wir Deregulierungen finden. Wir müssen zunächst verhindern, dass es immer noch mehr neue Vorschriften gibt. Da müssen wir bei uns selber anfangen. Und wir müssen viele Dinge auf den Prüfstand stellen. Wie das Mindestlohngesetz, die Hygieneverordnungen und die Kontrolldichte. Hier wollen die Freien Wähler hartnäckig bleiben, um den Mittelstand in Bayern zu stärken.